Hallo, heute spielen wir wieder Master Builders. Okay, was gibt es denn da? Arcade. Okay, Eladin, Western. Okay, Western ist cool. Ich nehme richtig viel gerade für Western. Arcade, Abondant. Okay, ich glaube es wird Western. Ich hoffe, dass es Western wird. Oh, oh, es wird Arcade. Okay, es wird Arcade. Arcade. Ähm, wer es nicht kennt, ich mache jetzt mal so ein, ähm, so ein Arcade-Ding. Wer ist das? So ein Arcade-Automat. So, dann mache ich mal einen Boden. Wie mache ich den Boden? Ich mache mal irgendwie, ich mache Gold. Ich glaube, Gold ist schon so Retro-Stylers. So ein retro, ähm, so ein retro Arcade-Spiel-Dings mache ich jetzt mal. Das heißt, ich brauche Black, Terracotta. Kann man Terracotta, ja. Concrete kann man nicht nehmen, ne. Ich glaube, ich nehme Wolle. Da habe ich noch Glas. Glas, 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 Glas. Nehme ich das. Ja, dann baue ich den mal. Ich baue den jetzt nicht allzu groß, aber ich baue den so mittelgroß. Ich baue eigentlich so ein Arcade-Werk. Also, ich glaube, das ist Englisch geworden, nehme ich dafür. Das ist praktisch so ein Spiel-Automat. Es gibt doch solche Arcade-Centers, nennt man das. Da, ähm, gibt es auch solche viele Spiel-Automaten. So, ich glaube, ich mache so Super Mario, mache ich da rein. So 2D. Das ganz alte Super Mario, nehme ich. Das ganz alte, also das einer der ersten, oder Donkey Kong, gibt es auch solche Automaten. Das ist richtig cool, nämlich. So, dann baue ich so. So, bam, bam, bam. So. Warte mal, ich habe heute frei. Habt ihr auch frei? Weil heute ist 1. Mai. 1. Mai. Jo, Mai. So, bam, bam, bam. So, dann kann ich jetzt auch so, wo man so einen Euro reinhaut oder so, so ein Geldstück. Kann ich auch gleich machen da unten. Ich glaube, ich mache den jetzt nicht so groß. Ich glaube, das reicht schon so. Ich glaube, die Größe passt, glaube ich. So, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Und so. Jetzt muss ich das hinten noch so ausfüllen. So, bam, bam. So. Da gibt es auch nicht solche Joysticks. Oder, ist das Joysticks? Ich glaube schon Joysticks sind das. So. Also praktisch solche roten Knüppel da. So, bam, bam, bam. So. Soll das so rüberstehen, so. Oh, oh, ich hoffe. Ja, doch, die Zeit ist mehr als genug Zeit. Also kann ich hier detaillierter arbeiten. So, bam, bam, bam. By the way, wer mir noch nicht auf Instagram oder Twitter folgt, die Links sind in der Beschreibung. So, bam, bam, bam. Doch, ich glaube, das soll so passen. Ich glaube, ich mache das Steher hier ein bisschen weiter nach vorne. Sonst ist es schon komisch, dass das so vorne da oben so hängt. So, bam, bam. So. Das sieht schon cool aus, irgendwie. Ich passe das eher so nach hinten. Ich glaube, nee, doch. Das ist viel besser. So, bam, bam. Bam, so. Und da, ich muss wirklich 1 zu 1 bauen wie drüben, weil sonst sieht das unsymmetrische aus. So, bam, bam. Ich glaube, ich habe jetzt schwarze Wolle, doch, das sieht schon cool aus, glaube ich. Bam, bam, bam. Ich muss das hinten auch noch ausfüllen. So. Bam, bam, bam. Ich könnte auch noch irgendwie so ein Super Mario, also so ein Pixel-Art mehr oder weniger. Ich weiß, ich mag kein Pixel-Art, aber trotzdem. Wie soll ich sonst ein Super Mario machen? 3D ist ein bisschen komisch. So, bam, bam, bam. So, dann bin ich hier gleich fertig mit dem Ausfüllen. Mache ich hier innen gleich den Super Mario. So. Es gab, ich könnte auch so eine Nintendo 32 oder wie heißt das? Nintendo, irgend so eine Nintendo nämlich. Gibt es auch nämlich so ein Nintendo. Das heißt, es ist nicht so flach aussieht. Hier, dann mache ich ihn auch so. So, bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Da könnte ich auch noch so machen. Actually. So, bam, bam. Da auch, da auch. Das könnt ihr machen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen eine Tiefe hat. Doch, ja, doch, doch. Das passt schon. So, hinten glaube ich, ich brauche ich nichts mehr machen. Das brauche ich nur mehr, dass auf der anderen Seite machen. Also das praktisch doppelt. Bam, bam. Oh, ups. Jetzt bin ich hier runtergefallen. So, bam, bam, bam. So, ich glaube, nee, da habe ich nicht das so gemacht. Das heißt, ich mache so. Ups, war eins zu viel. Oder passt das so? Ich glaube, das passt so. Oder nee, ich glaube, ich mache... Doch. Ich mache so einfach. Ich mache da vorne auch so. Dass hier ein Block drüber schaut. Und auf der anderen Seite da hier. Es war auch so, okay. Dann soll das jetzt so passen. So. Jetzt war ich den Spieleautomat. Und sehe ich jetzt so. Sieht richtig cool aus eigentlich. Jetzt mache ich da noch ein bisschen tiefe. So. Dann kommt genau hier das Glas rein. So, bam, bam, bam. Dann kommt genau hier das Glas rein. Dann mache ich aber zuerst noch das andere. Also das Hintergrund hier. Dann brauche ich nämlich Terracotta. So, brauche ich nämlich so blau. Hellblau, grün. Oder ich... Nee, ich habe eine Idee. Ich mache einfach so Minecraft... So ein Minecraft-Dings. Mal so, bam, bam, bam. Und so, bam, bam, bam. Das ist ein kleiner Berge. So, bam, bam, bam. Nee, ich glaube, ich mache einfach so. So. Wollte ich noch irgendwie... Nee, ich glaube, ich nehme mir... In irgendeinen normalen Stern oder so. So, das sieht jetzt wie eine Minecraft-Welde aus einfach. So, dann brauche ich die noch... Oder... Ich überlege gerade, Terracotta gibt es auch einen hellbraun. Okay, es gibt auch einen hellbraun, das ist gut. Aber ich mache gleich mit Holz. Das ist eine bessere Idee, glaube ich. Dass ich gleich mit Holz mache. So ein Baum. Und mit Blättern. Das was nehme ich hier. Ich glaube, ich nehme auch ganz normale Blätter hier. Und oh, es legt gerade hier ein bisschen auf den Server. Oh, oh. So, irgendwie ist gerade der Server abgestützt. Oder so. Star Steam, Lokomotive, okay. Zirkus, Ähm, Ägypter und Flying. Also einfach Fliegen, okay, okay. Ich glaube, Dragon gewinnt gerade... Äh, ich nehme Flying oder so. Okay, es ist Flying. Flying. Okay, was? Okay, einer ist der Illuminator 3. Das ist MVP++, okay. Okay, Flying. Was kann man unter Flying machen? Was fliegen praktisch? Was kann ich mit Fliegen machen? Was kann ich mit Fliegen machen? Ich könnte irgendwie falsch immer so machen. Aber... Oder... Genau, genau. Ich habe eine Idee. Ich mache einfach so ein Flugzeug und so eine Landebahn. Okay, okay, okay. Oh, ich Terracotta. Ich mache irgendwas. Irgendwas Schwarz-Black. Ähm... Kann man das nehmen? Nee, das kann man nicht nehmen, okay. Ich nehme auch, glaube ich, schwarze Wolle. Okay, ich mache erstmal Gras. Das ist Untergrund hier. Das ist bam. So, mache ich Plot-Bio. Mach ich auf Dschungel. Nämlich, wir müssen immer Dschungel nehmen. Das ist das Gras. Ganz saftig und grün. Dann brauche ich hier eine Landebahn. So. Mach ich hier so bam bam bam. So. Brauche ich das jetzt mal ein bisschen rüber? Okay, und was gerade beim Sauer so los war? Irgendwie ist der gerade abgestützt. Okay. Dann bam bam bam. Ich baue nicht so, wo so ein Flugzeug gerade landet. So bam bam bam. So, ich hoffe, dass es in der Mitte. Es sollte aber circa in der Mitte sein. Ah doch, das sollte schon in der Mitte sein, glaube ich. Das heißt, ich mache hier auch noch so... Wie viele Blöcke? Vier Blöcke. Das heißt, hier vier Blöcke. Das heißt, ich muss das gleich auch noch ausfüllen. So bam bam bam. Und ich glaube, ich mache auf der Seite noch solche Bäume und sowas. So, aber ich mache so ein Flugzeug, das gerade im Landeanflug ist. Also, das noch nicht gelandet ist. Oh oh. Ich glaube, dauert ein bisschen lange. So bam bam bam. So. Ich kann mir das relativ gut vorstellen hier. Bam bam bam. Dann habe ich das gleich. So bam bam bam. Ich habe gerade unabsichtigt Wolle abgebaut hier. So habe ich das drüben auch schnell denselben. Dasselbe. Bam bam bam. Bam. So. Dann habe ich das eh gleich hier. So bam bam bam. Das geht nicht eh richtig schnell. Ich glaube, ich mache auf der Seite auch noch so ein kleines Haus. So ein kleiner Flughafen. Ich glaube, das passt auch so. Und es geht auch um so ein Kommando Tower oder wie das heißt. Ja doch, so ein Kommando Tower, glaube ich, heißt das. Ja doch. Ich glaube, ich mache so ein Kommando Tower. Also, wie du, wer ist das da? Der Turm halt, wo es dann da drinnen sitzt. Ähm. Der. Flugzeuge praktisch einweist hier. Bam bam bam. Ich muss auch die gelben Striche auch noch in der Mitte machen. Auf der Seite muss ich noch solche Blink-Dings machen. Dass die Flugzeuge auch, also die Piloten in den Flugzeugen, auch die Landebahn praktisch sehen. Sonst ist es viel zu dunkel. Bam bam bam. Und so bam. So, jetzt brauche ich das schnell. Und so, 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 so. Bam. So, bam 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 bam. Bam bam. Ich habe ein bisschen Blöcke freigelassen. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich mache auch noch so eine Landebahn, also so eine Bahn, die eine Richtung rechts oder links rüber geht. Da, wo sich die Flugzeuge einparken. Also, das ist weiße Striche. Ich glaube, ich mache weiße Striche. Ich glaube, in Amerika sind es gelbe Striche. Flugbahn, glaube ich, sind generell weiße Striche. Ich glaube, nur auf der Straße sind es gelbe Striche. So, bam 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 bam. Dann habe ich das gleich, so, bam bam. Und so. Jetzt mache ich weiße Striche. Wie soll ich weiße Striche machen? Kann ich nicht so machen? Ich mache mal White. Konkret wäre halt cool, aber leider darf man es nicht verwenden. Schaut das cool aus. Wo ist denn hier die Mitte? Hier ist die Mitte. Doch, doch. Ich glaube, das ist schon cool aus. Ja, doch. Das sieht richtig cool aus. Manche jedes, also alle drei, also jeden zweiten Block mache ich so. Drei und zwei, ein bisschen zu viel, so. Bam bam bam. Und bam bam bam. Und bam 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 bam. So. Habe ich hier auch, das ist sogar genau symmetrisch. Okay, okay, okay. Brauche ich hier auch noch so ein Feld, das hier rüber geht. Wo die Flugzeuge hier parken. So. Das ist nämlich hier so rüber fliegen, die fahren. Am Boden fahren sie, aber normal fliegen sie. Das heißt, da hier so rüber fliegen können. Und das ist eine einzelne Bahn ist. Das ist eine kleine, wo die parken. Und bam bam bam. Dann soll das passen. Das ist hier die kleine Bahn hier, wo die parken. So ist das auch wieder ausfüllen. Okay Leute, ich habe nur vier Minuten, fällt mir gerade auf. Dann kann ich, kann ich nicht mehr so viel für die, äh, für das Flugzeug. Habe ich gar nicht mehr so viel für das Flugzeug. Oh oh, ich muss mich beeilen jetzt unbedingt. Oh oh. Jetzt muss ich mich ganz dringend beeilen. Bam bam bam. Dann mache ich das schnell so. Bam bam bam. So. Dann muss ich gleich noch das Flugzeug bauen oder so. Dann kann ich den Piloten auch noch gleich reingeben hier. Bam bam bam. Bam 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 bam. So. Und Bäume, das ist glaube ich auch noch auf der Seite hin. Und bei euch hier so einen kleinen Pfeil hier rüber. Oder nee, ich glaube ich brauche so gleich, dass man so hier, dass ich so schräg hier aussieht. So bam bam bam. Alter, jedes Mal drei Dings hier so. So, doch. Ich glaube das passt hier so. Ne, ich glaube ich mache, ich lasse es einfach so. So. Ja doch, das. Ne, warte, das ist nicht symmetrisch. So. Jetzt brauche ich nur mal das Flugzeug. Ich muss ganz schnell das Flugzeug. Weil ich brauche irgendwie, äh, solche Terrakotta. Ich nehme auch Terrakotta. Also Terrakotta. Und ich nehme Wolle. Mach ich so. Bam. Und bam. So, jetzt musst du nur schnell das Flugzeug hier machen. Ich glaube ich mache es am Boden hier. Terrakotta mache ich so. Ich mache es mal hier in der Luft teilweise. Oh oh. Ich glaube ich habe keine Zeit mehr. Oh oh. Doch, doch, das passt schon, glaube ich. Oh oh. Und jetzt richtig beeilen. Ich glaube ich mache gar keinen Innenraum. Ne, ich mache gar keinen Innenraum. Ich mache mal ganz schnell. So. Bam, bam, bam. Oh oh. Oh oh. Ich glaube ich werde das nicht schaffen. Ist nicht gut. So. Bam, bam. Mach ich hier schnell einfach hier einen kleinen Streifen rein. Oh oh. Also ich mache auf jeden Fall ein Flugzeug, das hier ein Landeanflug ist. Oh oh. Das wird ganz knapp. Mach ich hier schnell die Flügel. Ich letztens, ohne ob ich die vergessen habe. So, wo ist das? Wo fängt das an? Ne, ein Block dahinter. So, bam, bam, bam. So. Mach ich so. Bam, bam, bam. Oh oh. Sieht ein bisschen dumm aus. Aber was soll's. Ich habe nur wenig Zeit. So, bam, bam, bam. Und so. So, Glas brauche ich schnell. Glas, Glas, Glas. So, bam, bam, bam. Und hier so. Und hier hinten jetzt auch nämlich noch hoch so. Ich mache das jetzt einfach ganz schnell. Dass es sich ausgeht. Oh oh. Ich glaube das wieder nicht so gute Runde. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Slaps. Könnte ich das so machen. Oh oh. Stairs. Könnte ich hier noch ein bisschen smoother das alles machen. Oh oh. Ich glaube das passt hier schon so. Doch, doch. Soll es passen hier. Flugzeug hier vorne sieht ein bisschen komisch aus. Ne doch. Ich glaube das passt. Hier so. Dann mache ich noch so. Das sieht doch ein bisschen cooler schon aus. Mache ich hier noch schnell ein Triebwerk. Brauche ich noch graußer. Aran Gitter. Oh oh. Ich glaube das geht jetzt hier nicht mehr aus. Mache ich hier schon noch schnell hier. Oh oh. Oh oh und hier noch schnell. Okay. Ich glaube das soll passen. Flight. Also Flying war das Wort. Puh. Okay. Der hat auch ein Flugzeug gemacht. Aber halt nicht fertig. Okay. Ich habe gerade noch mein Flugzeug hier fertig bekommen. Und die Landebahn. Immerhin. Ich wollte ja nicht viel mehr bauen. Aber ist hier halt nicht ausgaben mit der Zeit. Aber okay. Doch. Doch. Ich glaube es passt schon. So ich glaube. Okay. Die haben alle. Ich glaube es über Puh gegeben. Weil ich glaube. Der ist nicht fertig geworden hier oder so. Okay. Ich sehe gerade die haben auch Ränge oder so. Okay. Okay. Die haben auch Ränge. Okay. Ich bin auch Untrains. Norris ist das. Okay. Das kriegt ein Puh. Okay. Das kriegt Puh. Einfach weil es Flying ist. Weil es so ein Schild hinten dran hat. Immerhin. Das ist nicht bad. Es gibt hier gar nicht so viele Spieler hier in den Modus. Ich bin neugierig was die anderen Baut haben. Okay. Was hat der gebaut? Der hat einen Engel gebaut. Aber das sieht richtig dumm aus irgendwie. Es kriegt ein Pup. Es kriegt ein Okayen. Es kriegt ein Pup. Weil es. Keine Super Pup. Weil es Fliegen immerhin an sich hat. Aber die Engel sind auch so komisch gemacht. Also so komisch gebaut. Jetzt bin ich neugierig was meins ist. Oh. Okay. Das ist meins. So. Ich hoffe. Ich hoffe die. Doch. Doch. Das passt schon so. Glaube ich. Doch. Das passt schon so. Oder? Passt das? Jetzt bin ich neugierig was ich bin. Okay. Das ist auch ein super Flugzeug oder? Mit einer Landebahn hier. Okay. Jetzt bin ich neugierig was ich schreiben. Ich sehe leider der Spieler nicht was sie genommen haben. Okay. Der ein Flugzeug baut. Okay. Das ist auch halt nicht so gut. Das ist ein Flugzeug. Ich kriege. Es gibt nur okay. Also Flugzeug ist. Oh. Es hat auch Turbinen. Und keine Landebahn. Es hat komischerweise nur eine Turbine. Okay. Ich habe auch eine Turbine gemalt. Also beziehungsweise baut hier. Okay. War es ein Talented? Spiel. Okay. Viktor. Ja es war ein Talented. Okay. Eigentlich kann ich gewinnen. Actually. Was ist das? Ein Schwein. Das fliegt. Okay. Das kriegt ein. Okay. Einfach. Wer ist ein Superhelden hier. So ein Superheldenmantel hat. Und so ein Cape. Oder Cape. Doch. Das ist ein Cape. Definitiv ein Cape. Das ist richtig cool. Und so eine Enze. Entweder das. Oder ich gewinne. Jetzt bin ich nur angeregt. Ich hoffe. Dass ich gewinne. Was ist das? Ein Engel. Richtig creepy. Schaut. Okay. Das kriegt ein Pup. Erstens. Oh. Er fliegt. Oh. Zwei Blöcke. Okay. Und er hat unten nicht zugebaut. Okay. Ja. Das kriegt ein Pup. Doch. Pup soll schon passen hier. Oh. Ich hoffe. Ich werde irgendwie. Ich glaube. Zwei fehlen noch. Oder einer. Oh. Okay. Ich bin vierter. Okay. Okay. Wie ist der vor mir gewesen? Okay. Ich bin vierter gewesen. Nice. Okay. Lasst ein Like. Und ein Abo da. Für mehr. Äh. Build. Battle. Oder Master Builders. Okay. Ich bin gleich in eine neue Runde. Und. Äh. Ja. Lasst ein Like. Und ein Abo da. Und. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.